Snakeman Keiner stellt sich uns in den Weg Unsere Träne hat gezeigt dass der Wind sich jetzt dreht Voller die Feinde weg mit G4 Glauben ich darf dich hier verlier' Meine Forms nicht mehr, hab ich dich Kaiser Empty's dir Keiner stellt sich uns in den Weg Unsere Träne hat gezeigt dass der Wind sich jetzt dreht Voller die Feinde weg mit G4 Glauben ich darf dich hier verlier' Meine Forms nicht mehr, hab ich dich Kaiser Empty's dir Steady too wide, okay komm die Zeit bewahren trainieren Jetzt geht es ab durch die Mitte zeigen den Kaisern die Stirn Ich werd nie wieder verlier'n Das mit meinem Bruder hat mich geprägt Ich bin bereit fährt zum König Mich stellt sich keiner mehr in den Weg Und bis keiner mehr steht Setz ich all die Siege Richtung One Piece Du hast keine Chance wie auf dem Meer Weil du hier kein Stück Land siehst Fast Beef Stärke mein Haki indem ich kämpfe gegen all diese Gegner Doch nur diesmal nimmst kein Ende Denn ich steigert meine Form Meine Kräfte sind enorm Jeder Kaisern geht hier drauf Ich bin in G4-Torn Snagman der Ball hat so wie ne Kalasch Ey yo, ja da wird dir anders Weil du weder Sterne siehst Von den Kampf zu gerne fließt Und die Falls von Ruffy so schnell wie eine Pistole schießt Ey, nimm dir Zeit drum trainieren Denn du weißt, dass du ohne dich gewinnst auf den Level bleibt Bist du bereit? Na dann stell dich mir Ruffy, Snagman, Kick G4 Wenn du meinst dass du ne Chance gegen mich hast Träumen denn weiter Doch Fakt ist, dass dieser hier und heute bleibt Keiner stellt sich uns in den Weg Unser Tränen hat gezeigt, dass der Wind sich jetzt dreht Wallere die Feinde weg mit K4 Glaub man echt, dass ich hier verliere Meine Forms sind Männerwichtigkeit Sehempiziere Keiner stellt sich uns in den Weg Unser Tränen hat gezeigt, dass der Wind sich jetzt dreht Wallere die Feinde weg mit K4 Glaub man echt, dass ich hier verliere Meine Forms sind Männerwichtigkeit Sehempiziere 3 too high, doch jetzt kommt die Zeit, denn ich bin nun Kaiser Kenne deine Leute, kommt an meine Crew ran, denn wir segeln weiter Richtung One Piece, wenn ich wie ne Gunschi's, es klappt meistens auf Anhieb Glaub mir nicht, dass du hier ein Stück Land siehst, wenn du mich nur einmal schief ansiehst Denn wenn der König sein Haki aktiviert, dann ist hier Ende Deine Wanne macht einen Abgang, weil ich wie mein Bruder jetzt brenne Was Legende, ich bin die Rehenkarnation, tritt in die Fußstapfen des Königs So als wäre ich sein Sohn, denn ich boller um mich rum, bis ich jedem Mann anstunde Und hat das seinen Grund, genau schlüpfe mal aufgrund, du bist weiter von entfernt Dann ist nass mit dir gesund, also geh besser entdeckt Guck'n, da du sonst nur Sterne siehst, vor den Kampf am besten fließt Nur ein Schlag von Käpt'n, so schnell wie eine Pistole schießt Ey, und es zeigt, dass dir nichts weiter bleibt, als du kapitulierst, da du hier nichts mehr reißt Wenn du angreifst, dann erstell dich mir, Raffi, Tankman, Leaky 4 Wenn du meinst, dass du ne Chance gegen mich hast, träum'n weiter Doch Fakt ist, dass dieser hier und heute plackt Bin bereit, wir zum König Bin bereit, wir zum König Keiner stellt sich uns in den Weg, unser Training hat gezeigt, dass der Wind sich jetzt dreht Vollere die Feinde weg mit G4, glaub'n echt, dass ich hier verliere Mit der Form Snakeman hab ich dich, Kaiser, im Visier Keiner stellt sich uns in den Weg, unser Training hat gezeigt, dass der Wind sich jetzt dreht Vollere die Feinde weg mit G4, glaub'n echt, dass ich hier verliere Mit der Form Snakeman hab ich dich, Kaiser, im Visier So, liebe Leute, anlässlich des Kampfes von Raffi gegen Katakuri mit der One Piece Folge 870 und Snakeman Haben wir uns gedacht, dieses kleine Special zu veröffentlichen? Checkt auf jeden Fall den Song ab, auf allen möglichen Plattformen, auf Spotify, auf iTunes Oder auf Amazon direkt das Album Over 9000 vom guten OP Future Vielen Dank geht raus, er ist auch verlinkt als Künstler natürlich in der Videobeschreibung Und natürlich für die hervorragenden Künste im Schnitt ist natürlich auch FruityRL als Editor hier verlinkt Der wohl die besten AMVs macht, die ihr je gesehen habt Checkt ihn auf jeden Fall ab, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt Ansonsten würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen Und vielen Dank fürs Zuhören